Die Königstochter in der Flammenburg Ein Märchen von Josef Halterich Es war einmal ein armer Mann, der hatte so viele Kinder, als Löcher sind in einem Sieb, und hatte schon alle Leute in seinem Dorfe zu Gevatter gehabt. Als ihm nun wieder ein Söhnlein geboren wurde, setzte er sich an die Landstraße, um den ersten Besten zu Gevatter zu bitten. Da kam ein alter Mann in einem grauen Mantel, den bat er, und dieser nahm den Auftrag willig an, ging mit und half den Knaben taufen. Der alte Mann aber schenkte dem Armen eine Kuh mit einem Kalb, das war an demselben Tag zur Welt gekommen, an welchem der Knabe geboren wurde, und hatte vorn an der Stirne einen goldenen Stern und sollte dem Kleinen gehören. Als der Knabe größer wurde, ging er mit seinem Rind, das nun ein großer Stier geworden war, jeden Tag auf die Weide. Der Stier aber konnte sprechen, und wenn sie auf dem Berg angekommen waren, sagte er zu dem Knaben, »Bleibe du hier und schlafe, indes will ich mir schon meine Weide suchen.« Als der Knabe einschlief, rannte der Stier wie vom Blitz fort, kam auf die große Himmelswiese und fraß hier goldene Sternenblumen. Als die Sonne unterging, eilte er zurück, weckte den Knaben, und dann gingen sie nach Hause. So geschah es jeden Tag, bis der Knabe zwanzig Jahre alt war. Da sprach der Stier eines Tages zu ihm, »Jetzt sitze mir zwischen die Hörner, ich trage dich zum König, verlange von ihm ein sieben Ellenlanges Schwert und sage, du wolltest seine Tochter erlösen.« Bald waren sie an der Königsburg. Der Knabe stieg ab, ging vor den König und sagte, warum er gekommen sei. Der gab dem Hürtenknaben gern das verlangte Schwert, aber er hatte keine große Hoffnung, seine Tochter wiederzusehen, denn schon viele kühne Jünglinge hatten es vergeblich gewagt, sie zu befreien. Es hatte sie nämlich ein zwölfhäuptiger Drache entführt, und dieser wohnte weit weg, wohin niemand gelangen konnte. Denn erstens war auf dem Weg dahin ein hohes und übersteigbares Gebirge, zweitens ein weites und stürmisches Meer, und drittens wohnte der Drache in einer Flammenburg. Wenn es nun auch jemandem gelungen wäre, über das Gebirge und das Meer zu kommen, so hätte er doch durch die mächtigen Flammen nicht hindurchdringen können, und wäre er glücklich durchgedrungen, so hätte ihn der Drache umgebracht. Als der Knabe das Schwert erhalten hatte, setzte er sich dem Stier zwischen die Hörner, und im Nu waren sie vor dem großen Gebirgswall. »Da können wir wieder umkehren«, sagte er zum Stier, denn er hielt es für unmöglich, hinüberzukommen. Der Stier aber sprach, »warte nur einen Augenblick«, und setzte den Knaben zu Boden. Kaum war das geschehen, so nahm er einen Anlauf und schob mit seinen gewaltigen Hörnern das ganze Gebirge auf die Seite, so dass sie weiterziehen konnten. Nun setzte der Stier den Knaben wieder zwischen seine Hörner, und bald waren sie am Meere angelangt. »Jetzt können wir umkehren«, sprach der Knabe, »denn da kann niemand hinüber.« »Warte nur einen Augenblick«, sprach der Stier, »und halte dich an meinen Hörnern fest.« Dann neigte er den Kopf zum Wasser und soff und soff das ganze Meer aus, so dass sie trockenen Fußes wie auf einer Wiese weiterzogen. Nun waren sie bald an der Flammenburg, aber da kam ihnen schon von Weitem solche Glut entgegen, dass der Knabe es nicht mehr aushalten konnte. »Halte ein«, rief er dem Stier zu, »nicht weiter, sonst müssen wir verbrennen.« Der Stier aber lief ganz nah und goss auf einmal das viele Wasser, das er getrunken hatte, in die Flammen, so dass sie gleich verlöschten und einen mächtigen Qualm verbreiteten, von dem der ganze Himmel mit Wolken bedeckt wurde. Aber jetzt stürzte aus dem fürchterlichen Dampf der zwölfhäuptige Drache voll Wut hervor. »Nun ist es an dir«, sprach der Stier zum Knaben, »sieh zu, dass du dem Ungeheuer alle Häupte auf einmal abschlägst.« Der nahm alle seine Kraft zusammen, fasste das gewaltige Schwert mit beiden Händen und versetzte dem Ungeheuer einen so geschwindigen Schlag, dass alle Häupte herunterflogen. Aber nun schlug und ringelte sich das Tier auf der Erde, dass sie erzitterte. Der Stier aber nahm den Drachenrumpf auf seine Hörner und schleuderte ihn nach den Wolken, so dass keine Spur mehr von ihm zu sehen war. Dann sprach er zum Knaben, »Mein Dienst ist nun zu Ende. Gehe jetzt ins Schloss, da findest du die Königstochter und führe sie heim zu ihrem Vater.« Dann rannte er fort, und der Knabe sah ihn nicht wieder. Der Junge fand die Königstochter drinnen. Sie freute sich sehr, dass sie von dem garstigen Drachen erlöst war. Sie fuhren nun zu ihrem Vater, hielten Hochzeit und es war große Freude im ganzen Königreich.